Was geht ab Freunde, Sascha von SGG mit TV's Video und herzlich willkommen zu einer neuen Team of the Season Pack Overlink von mir. Im Hintergrund seht ihr schon, es gibt immer noch die 15k Packs und jetzt neu die 50k Packs, na neu heißt auch nicht, 40 Minuten laufen die ab, deswegen müssen wir schnell welche öffnen, wir haben jetzt noch 400.000 Münzen, das heißt, dass wir nicht alle ziehen können, außer wenn wir einen richtig krassen Team of the Season Spieler ziehen, wäre richtig geil, wenn wir heute einen ziehen und würde mich auch übelst drüber freuen. Leute, ja komm, wir öffnen erstmal das erste 50k Pack, komm bitte, wahrscheinlich das mit am letzten, oh shit, ich wollte sagen, wahrscheinlich das vorletzte Pack Opening zum Team of the Season 1, danach wird wahrscheinlich noch kommen, Falls ihr noch ein Pack Overlink sehen wollt, dann lasst auf dieses Video gerne einen Daumen nach oben da, wir machen weiter mit den nächsten 50k Pack in Form, aber leider kein Team of the Season, schade, aber jedenfalls fängt das schon mal, ja nicht so schlecht an, kann sich jetzt noch steigern, in Form und jetzt ein Team of the Season, komm, du skippen mit der Nase und wir haben, der Bestbewerteste ist mehr, sonst vielleicht noch einer hinter, Brahimi Kosta, warum ist der nicht im Blau noch zu ziehen, ah schade, 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 aber wir haben noch ein paar Packs vor uns, sieben Packs, insgesamt können wir noch ziehen, öffnen, aber nicht alle und das nächste 50k Pack, er wird geöffnet, komm, wir springen wieder und haben diesmal, hinter, oh wieder in Form, aber wieder kein Team of the Season, David Villa, wahrscheinlich aber auch nichts wert, 14.000 wahrscheinlich Mindestpreis, ja packen wir ihn auf die Transferliste und sonst, sonst, leider auch keinen guten Spieler, haben jetzt noch 230.000 Münzen und können noch 6 Pack ziehen, komm, bitte, bitte EA, gib uns eine blaue Karte, Marco Reus sich da, vielleicht in der Schere noch einer, leider wieder keine blaue Karte, Marco Reus, kommt auch mal auf die Transferliste, Benteke, Hamjik, schade, den Rest stoßen wir wieder ab, können wir nicht gebrauchen, komm, jetzt schauen wir mal nicht hin, jetzt gucken wir mal weg und überspringen, jetzt überspringen wir und haben Huntelaar, ein Spieler kann man immer noch nicht sehen, wenn man hier ganz links ist, deswegen ist die Hoffnung immer noch da, aber dieses Pack war größter Reinfall, Huntelaar der Beste, aber wir gehen die Hoffnung natürlich nicht aus, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Eden Hazard, Neymar und wie sie alle heißen und wieder keine blaue Karte, schade, 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 Viscarondo, bester Mann, Kaká, die Legende, Klose, Legende, zwei Packs können wir noch ziehen, also von den Münzen her, haben noch 100.000 Münzen, komm, Nose-Pack, bitte, 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 oh Mann, vielleicht jetzt hinter noch einer, wieder nicht, also Packlack ist bei uns nicht vorhanden, aber ein Pack, das letzte Pack, für dieses Pack unbedingt, komm, bitte, ey, ein guter Spieler, eine blaue Karte, na was, vielleicht hinter Falcao, vielleicht hinter Alshamari, wollte ich sagen, ist vielleicht noch ein guter Spieler, eine blaue Karte, Falcao ist aber leider auch nichts mehr wert, hohes Rating, ja, zwei Informs haben wir gezogen, leider kein Team auf die Siegen, können jetzt nochmal 15 K-Packs öffnen und da ziehen wir jetzt natürlich Cristiano Ronaldo, leider nicht, schade, schade, das war's von diesem Pack Opening, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich ziemlich drüber freuen, falls ihr auch noch ein Pack Opening sehen wollt, nochmal ein paar 50 K-Packs, dann lasst auch einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen und sehen wir uns beim nächsten Video wieder, haut rein, macht es gut und tschau!